Mir geht es vor allem um die Rolle des Verzeihenden, also eine Bereitschaft zu haben, erbittlich zu sein, zuzuhören, nicht zu verhärten, verstehen zu wollen, warum jemand vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, die Situation zu sehen, nach bestem Wissen ist entschieden worden, aber man lacht trotzdem falsch. Also mir geht es vor allem um den, der verzeihen sollte, dass da eine Bereitschaft ist, über Fehler zu reden, ohne zu verhärten oder unerbittlich zu sein.